. 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 Ich vermute, der hätte die anderen noch drin gehabt. Hä? Die hätte die anderen noch drin gehabt. Wahrscheinlich, ja, ja. Ähm. Jetzt muss ich die wieder einschalten. Warte. Ah. Ja, vier Minuten hat er... Ah, das war das. Vier Minuten hat er eingestellt. Das finde ich noch gut. Also vier Minuten kann ich sicher noch mal fliegen. Äh, 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 äh. Äh, ist reingesteckt. So. Ah. Haha. Es geht der Wind aber relativ stark. Macht nichts. Jetzt einmal. Warte mal. Warte mal. Jetzt ist einfach gut, ja? Gut, Motor starten. Ich weiss nicht, ob er da auch noch Dings machen muss. Äh, äh, nochmal. Oder hat er? Nein. Nein. Jetzt sollte ich kein Fahrrad haben. So. 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 Zu mir, zu hoch. Drehe. Drie. So, ich fliege! Ich fliege! So, ich fliege! So, ich fliege nach rechts. So, ich fliege nach links. So, ich drehe. Warte, ich muss ein bisschen weiter weg. So, ich drehe. So, ich drehe. So, ich drehe. So, jetzt ist der Arsch zu mir. So, ich drehe. So, ich drehe. So, ich drehe. So, ich drehe. Stopp! Jetzt kommen wir wieder zu mir. Oh! Das ist ein Rund. Voilà, der Arsch ist wieder zu mir. Wora? Das ist Mario! Du bist noch, du bist noch! Du bist noch, du bist noch. Du bist noch, du bist noch! Du bist noch, du bist noch! Jetzt kommen wir langsam zu Meter von Fahr bis Platz. Ganz viel! Hallo! 1,5 Minuten hätte ich noch können. Geil! Warte, jetzt zuerst alles ziehen. So gut! Ich konnte jetzt fliegen, dass es funktioniert. Geiles Kind! Und jetzt einfach ein wenig Windeln tut. Weisst du, macht es auch nichts. Ich wollte es einfach aufnehmen, dass der Wind geht, aber es ist nicht gegangen. Dorthin an den Dings. Du meinst schon, dass du es genäht? Ach so, gut. Sorry, ich habe noch viel geholfen. Es war schon mal! Entschuldigung! Eveinigung! Vielen Dank.